Das ist Marie und das ist Philipp. Beide werden schon bald in einem Austausch teilnehmen. Marie wird eine Woche in Deutschland verbringen und Philipp Ich spreche in Frankreich für Sina. Anstatt ein ganz normales Wörterbuch mitzunehmen, haben sich beide dazu entschlossen, die App MobiDecor herunterzuladen. Über das Hauptmenü entdecken sie alle Funktionen. Die klassische Suchfunktion, die Indexfunktion, die Merkzettel, das Vokabelspiel und die Lernkarten. Klasse, die freie Suche wird Marie bei Verständigungsproblemen in Deutschland weiterhelfen. Philipp interessiert sich vor allem für das Indexkapitel in Frankreich Mobil, das ihm bei organisatorischen Fragen weiterhelfen wird. Als er das Vokabular sichtet, entdeckt Philipp die Infoblase, die interkulturelle Feinheiten erläutert. Während Philipp sich organisiert, speichert Marie einige Vokabeln in ihre Merkzettel ein. Ihre Favoriten sind dann alphabetisch, thematisch oder chronologisch abrufbar. Beide nutzen auch die Lernkarten, um sich abzufragen und ihre Kenntnisse zu testen. Schließlich versuchen beide im Vokabelspiel, möglichst viele richtige Antworten zu erhalten. Übrigens, MobyDico ist gratis und schon jetzt verfügbar. Also worauf wartest du noch?